Schauen Sie sich das an, wie sie da ranfliegt an die Gruppe vor ihr. Es ist viel schneller, 11 Sekunden, exakt 11 Sekunden. Und jetzt geht das Publikum hier richtig mit. Wahnsinn. Feiert sie, flippt aus. Es wird ein überragender, ein sensationeller Rekord. Ich bin ehrlich sprachlos. 14, 26, 76. Das ist schlicht der Wahnsinn. Also so oder so ähnlich läuft das seit Jahren bei den deutschen Meisterschaften. Konstanz die Klosterhäuven läuft denen voraus. Überrundet eine nach der anderen und am Schluss stellt sie wieder einen Rekord auf. Meistens einen deutschen Rekord. Das läuft nicht nur national so, eigentlich auch auf europäischer Ebene. Also die Einzige, die da einigermaßen mithalten kann und sie auch ab und zu schlägt, ist die Sifan Hassan aus den Niederlanden. Aber Sifan Hassan ist natürlich auch eine afrikanisch-stämmige Läuferin. Das muss man auch dazu sagen. Und auf Weltniveau, also mit den Afrikanerinnen dann aus Kenia oder Äthiopien, kann ja die Klosterhäuferin auch mithalten. Und das ist eine absolute Ausnahme. Also das hat es ja seit Jahrzehnten eigentlich nicht mehr gegeben, dass da eine weiße Athletin am Schluss bei der Weltmeisterschaft mitläuft. Also das ist schon außergewöhnlich. Aber warum kann sie das? Warum? Was ist der Grund dafür? Ist das genetisch? Hat sie eine besondere Veranlagung, ein besonderes Talent? Natürlich hat sie ein besonderes Talent. Ist klarerweise, sonst könntest du ja davon gar nicht mitlaufen. Aber ist dieses Talent so gut und so ausreichend, dass man dann wirklich mit den Afrikanerinnen mithalten kann? Und da kommt meine Geschichte ins Spiel. Denn ich habe 1997 eine merkwürdige Entdeckung gemacht. Ich habe es dann letzten Endes mit Skin-Effekt und mit Trigger-Übung bezeichnet. Das ist eine einfache Übung. Ich sage es jetzt einfach, wie es sich geht. Man muss mit Fußballschuhen ca. 100 Meter auf einer Straße laufen. Mit Fußballschuhen, aber richtig laufen. Und dann stellt sich ein merkwürdiger Effekt ein. Ein merkwürdiger Haut-Effekt. Also der geht nicht über den Knöchel. Also er ist lokal begrenzt. Er ist auch zeitlich begrenzt. Also der hält ungefähr so drei bis vier Monate an. Aber in diesen drei bis vier Monaten hat die Haut am Fuß ein anderes Dämpfungsverhalten. Also ich will nicht sagen, dass sie weicher ist und elastischer. Aber auf jeden Fall hat sich was geändert. Man merkt das im Alltag eigentlich nicht so gleich. Aber bei einer sportlichen Betätigung, was ja laufen ist, da merkt man es schon sehr deutlich. Natürlich kommt das Teil vom Fußball. Ist ja logisch. Also ich war ja selbst Fußballer. Also kein Profifußballer. Aber ich habe lange Jahre als Fußballer gespielt. Aber das Teil ist eben nicht nur für Fußball gut. Das können auch Läuferinnen benutzen. Also allgemein in der Leichtathletik alle Sportarten, die mit Fuß funktionieren. Also auch Weitsprung, Hochsprung. Also sämtliche Laufarten von 100 Meter bis zum Marathon. Das ist egal. Und man hat damit einen riesen Vorteil. Also nicht einen kleinen, sondern einen richtig großen. Einen richtig großen Vorteil. Und den sieht man jetzt bei der Klosterhäufe. Und wie das gekommen ist, das erkläre ich jetzt. Ist nämlich ganz einfach. Also ich habe lange nicht gewusst, was ich mit diesem Teil anfangen soll. Habe dann Fußballverein angeschrieben, keine Rückmeldung. Trainer, Spieler und so weiter. Wurde dann auch noch längere Zeit krank. Aber dann, so 2016, 17, bin ich dann auf die Idee gekommen. Ja, ich könnte es eigentlich in der Leichtathletik prüren. Weil da kann man messen, da kann man stoppen. Nicht? Da ist was messbar. Also ist es eigentlich besser als wie beim Fußball. Wo es nur gefühlt besser wird. Also habe ich die ganzen Bundes-, also eigentlich alle Bundestrainer angeschrieben. Die E-Mail-Adressen waren ja auf der Webseite von leichtathletik.de vorhanden. Und von diesen 30, 40 Leuten, also von diesen 30, 40 Trainern, haben ungefähr 5 oder 6 zurückgeschrieben. Also ich habe praktisch denen geschrieben, ich habe etwas entdeckt, das beeinflusst die Haut, mussten alle 3 bis 4 Monate wiederholt werden. Und ich würde das zur Verfügung stellen, würde auf eine Rückantwort warten. Also mir hat dann auch ein Einzahler genügt. Und da war eben auch im März 2017 der Herr Weiß-Sebastian vom TSV Bayer Leverkusen dran. Der war nämlich der persönliche Trainer von Konstanzi Klosterhäfen. Und der hat als einer der wenigen dann zurückgeantwortet. Und da natürlich, als meine Reaktion natürlich, hat der natürlich das volle Programm bekommen. Also der wusste auf jeden Fall dann Bescheid. Was er dann gemacht hat mit dieser Mail. Also ich vermute, er hat es einfach weitergeleitet. Und Klosterhäfen hat es dann einfach gelesen. Wann sie es dann umgesetzt hat, keine Ahnung. Also ich vermute mal irgendwo 2018 wird es schon noch gewesen sein. Dann ging nämlich auch schon langsam die Zeiten runter. Und bis es dann halt quasi zur Explosion 2019 gekommen ist. Aber das ist kein Zufall nicht. Also wer da glaubt, wer da glaubt, dass das jetzt nicht in Verwendung ist, der glaubt auch noch an den Osterhasen. Also wer so mitlaufen kann mit den Afrikanerinnen. Und ich weiß, wie das wirkt. Ich habe das selber jahrelang gehabt. Und ich war damals noch ein bisschen sportlicher, als ich heute bin. Also ich weiß, wie das die Leistung beeinflussen kann. Und wie man damit laufen kann. Auch wenn ich kein Leichtathlet war. Aber ich weiß, dass man damit effektiver laufen kann. Kraftsparender, schneller und ausdauernder. Und alles miteinander. Und alles nicht zu knapp. Also das muss man sich erst mal geben. Eine Übung, die man alle drei bis vier Monate wiederholen muss. Die nur eine Minute dauert. Die aber dann solche Auswirkungen hat. Also da möchte ich mal einen sehen, der was Besseres hat. Und dass das die Konstanz in Klosterhäfen nicht gemacht hat. Das glaubt sich aber selber nicht. Und das ist der Grund, warum Konstanz in Klosterhäfen mit den Afrikanern mithalten kann. Nichts anderes. Sie mag schon gut gewesen sein vorher. Also 2015, 2016 war sie auch schon gut. Oder ob sie jemals so weit gekommen wäre, dass sie wie bei der BM dann mit den Afrikanern mithalten kann? Ich glaube nicht. Das wäre auf europäischem Spitzenniveau gewesen. Aber das europäische Spitzenniveau ist noch zwei Etagen unter der afrikanischen. Also da wäre nichts gegangen. Ich kann es natürlich nicht beweisen. Kein Mensch wird da dabei gewesen sein. Ich habe das auch selber nie gesehen, wenn einer mit Fußballschuhen auf einer Straße läuft. Aber sie muss es gemacht haben. Es ist keine schöne Übung. Ich habe das nie behauptet. Und die meisten, von denen ich wusste, dass sie es gemacht haben, haben es wahrscheinlich heimlich gemacht. Auf irgendeinem Waldweg, des Nächten oder irgendeine ganz einsame Straße. Also ich habe das nie beobachtet, obwohl ich immer die Auswirkungen nur gesehen habe. Aber die Auswirkungen sind dramatisch. Und das wird sich, wenn das jetzt ein bisschen populärer wird, richtig auf die Leichtathletik auswirken. Da werden die Rekorde purzeln. Und nicht zu knapp. Also da sind Leistungssteigerungen in zweistelligem Prozentbereich drin. Wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Also wenn der 100 Meter Rekord plötzlich eine halbe Sekunde unter Vor-Niveau ist, was soll denn noch passieren? Also. Es kann ja jeder machen. Bleibt ja jeden selbst überlassen. Es ist ja keine Kunst, mit Fußballschuhen auf einer Straße zu laufen. Macht es, probiert es, dann werdet ihr schon sehen. Ich meine, es wird sich bei jedem ein bisschen anders auswirken. Aber im Prinzip bleibt das immer gleich. Und wer mehr zum Thema Skin-Effekt erfahren will, dem empfehle ich dringend die Playlist zum Thema Skin-Effekt. Da geht es von der Entstehung über den FC Bayern, die deutschen Nationalmannschaften, bis hin zur möglichen Zukunft des Skin-Effekts. Und zum anderen empfehle ich das Video, oder die Animation zum Thema Skin-Effekt. Hier geht es vor allem um die Wirkungsweise, also um die Erläuterung der Wirkungsweise des Skin-Effekts. Und wirtonen die Google-Effekts. Und da können wir uns noch nicht verle pane Winston-Effekt